Guten Morgen liebe Traderinnen und Trader, damit am fünften Handelstag der Woche, Freitag, kurz vor dem Wochenende, wieder Zeit für unsere Handelsideen, für den Ausblick in die kommende Woche und ein bisschen was an Edukation. Ich hatte das ja gestern auch angekündigt, heute blicken wir mal ein bisschen hinter die Kulissen im Währungstrading, das dann nachher im edukativen Part, aber erst einmal schön hier wieder live Zuschauer dabei zu haben und wie immer auch die Einladung, wer gerne einen Wunschschart hat, wo er mal reinschauen möchte, einfach hier in den entsprechenden Medien die persönlichen Vorlieben mit eintragen. Rolf, Christian, ich freue mich einen schönen guten Morgen, bevor wir in den Tag rein starten mit unserer Handelsvorbereitung, wie immer der Risikohinweis hier in Gänze aufgeführt. Das Ganze bitte ich gerne auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Schauen wir mal in die heutigen Tagesnachrichten mit hinein. Heute um 2.45 Uhr in der Nacht. André, einen schönen guten Morgen. Heute hatten wir die ersten wichtigen Nachrichten aus China. Da gab es den Einkaufsmanagerindex. Heute ist Tag der Einkaufsmanagerindex. Ich schaue gerade mal oben rein. Prognose war 49,5. Aktuell ist er bei 48,3. Also schlechter ausgefallen als erwartet. Schauen wir doch mal, was im Laufe des Tages die anderen Pendants dazu machen. Wir bekommen um kurz vor 10 Uhr den Einkaufsmanagerindex hier im verarbeitenden Gewerbe für Deutschland. Den Rest auch nach hinten dran. Um 10.30 Uhr gibt es die ganze Geschichte dann aus Großbritannien. Um 10 Uhr kriegen wir dann in Deutschland einen Einblick in die Entwicklung der Verbraucherpreise. Und dann geht es am Nachmittag in den USA weiter. Wir bekommen heute die Non-Farm-Payrolls hier. Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in dem Zusammenhang. Natürlich auch gleich noch die Arbeitslosenquote. Ich persönlich rechne da nicht mit großen Überraschungen. Für mich hat der Event momentan so ein bisschen seinen Spannungscharakter verloren, weil wir halt in der guten Phase sind, dass der Arbeitsmarkt wirklich sehr, sehr, sehr gut ist. Ich würde sagen, Überraschungen wird es dann geben, wenn wir plötzlich schlechtere Zahlen bekommen würden. Das kann schon einen deutlichen Impact haben. Ich sehe gerade noch ein paar weitere Zuschauer mit drinnen. Steffen, guten Morgen. André, super. Christian, Euro, Austral, Dollar. Gucken wir nachher einmal drauf. Ist ja eine meiner Lieblingswährungen, weil ich mit Australien irgendwo meine zweite Heimat gefunden habe. Von der Seite her bin ich da sehr, sehr eng an diesem Markt und trade den auch immer wieder, weil er sehr, sehr schöne Möglichkeiten gibt, in Ruhe und Entspannung das Ganze mit zu traden. So, zurück jetzt zu den Nachrichten. In der höchsten Relevanz sind wir jetzt hier sozusagen durch 16 Uhr gibt es noch in den USA den Einkaufsmanager-Index. Und dann die zweite Relevanz. Das sind heute so ein paar Zusatzdaten zu den wichtigsten hier oben. Einkaufsmanager-Indizes, Verbraucherpreise, Stundenlohne gibt es aus den USA, Erwerbsbeteiligungsquote, all diese Dinge kriegen wir da. Wichtig ist heute noch, wir haben mal wieder ein FOMC-Mitglied, das spricht, das könnte unter Umständen für Bewegen sorgen, muss aber nicht. Paul hat da die größte Macht, aber man hört auf solche Stimmen und guckt da natürlich auch ganz genau hin, was passiert. Am Nachmittag gibt es dann um 16 Uhr hier unten, sehen wir es, aus den USA oder in den USA noch die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen, das Verbrauchervertrauen, so rum, der Uni Michigan. Damit die wichtigsten Nachrichten für den heutigen Tag. Und damit starten wir dann gleich durch mit der Besprechung einiger Handelsideen für den heutigen Tag. Wer in den Blog schon reingeschaut hat, der wird es wissen, heute haben es ein paar Indizes auf die interessanten Ideen geschafft. Gucken wir uns direkt auch gleich mal an und zwar hier starten wir wie immer im Metatrader von Tickmill mit dem Add-on im Stereo-Trader. Und da blicken wir zuerst auf den Index von Australien. Da gucken wir nachher ja auch noch auf eine Währung. Ja, AUS 200 das Kürzel, ASX 200 der Name des Index. Hier ist etwas Programm geworden, was für mich sehr, sehr interessant ist aus einem wichtigen Grund. Schaut mal, wir haben hier oben die wichtige Marke von 5000 über den Daumen, 940 Punkten. Das ist ein wichtiger Punkt. Warum? Schaut mal, hier lief der Abwärtstrend runter, schön nach unten gelaufen. Und das ist hier eine wichtige Marke. Hier ist ein Widerstand drin. Hier war das erste Korrekt hoch, hier war das zweite Korrekt hoch. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Wenn wir uns diesen Tagestrend hier anschauen, sehen wir auch, der ist gebrochen. Alles kein Problem, alles schick. Wir haben hier auch weiterhin einen gut existierenden Aufwärtstrend. Aber, und jetzt, aber, hier kann was ganz Wichtiges passieren. Nicht, dass der Markt jetzt einfach hochschnäpsen kann und diesen Aufwärtstrend fortsetzen kann. Das wäre grandios. Das wäre richtig schön zu sehen, dass wir hier die Dynamik hochbekommen. Australien ist ja auch ein Rohstoffland. Steigende Rohstoffpreise sind auch gut für diesen Index. Wenn wir drüber gehen, klasse, setzt sich dieser Aufwärtstrend fort. Das heißt, was hier unter Umständen passieren kann, ist, dass wir hier so eine Art, ich zeichne das mal ganz kurz ein, da mache ich mal kurz eine andere Farbe, dass sich das etwas besser dann hervorheben lässt. Ich mache das mal eben in blau hier. Was passieren kann, ist, dass wir unter diesem Widerstand, den wir hier drinnen haben, einfach weil die Marktdynamik hoch bleibt, aber die Teilnehmer noch so ein bisschen überlegen, dass wir hier so ein Kontraktionsmuster bekommen. Ich nenne das ganze Kontraktionsmuster, weil der Markt hier rangeht. Also hier, dass wir hier oben etwas Überlegung bekommen, aber der Markt stabil bleibt. Das heißt, so eine Kontraktion könnte so aussehen, dass sich das Ganze abflacht und dann quasi entweder hier gleich beim nächsten Mal drüber geht oder vielleicht sogar hier oben noch einmal ein kleiner Zacken drunter kommt, dass wir hier noch einen noch flacheren Zacken haben und das Ganze dann nach oben schieben. Das ist interessant, das kann hier passieren, da müssen wir so ein kleines bisschen auch beachten oder beobachten, was der Markt hier macht, hier formiert sich an diesem Widerstand irgendwas. Das ist das eine, das heißt, mit Blick auf den hier jetzt laufenden Aufwärtstrend auf Tagesbasis, ist wirklich aktuell noch alles in Ordnung, alles schick. Jetzt kommt das Aber. Wir gucken mal ganz kurz in die Woche, weil dieser Widerstand, der hier da ist, der ist ja natürlich auch im Wochenstatt ersichtlich. Wenn wir uns mal diesen Abwärtstrend hier in der Woche anschauen, dann sehen wir momentan, dass wir aktuell halt diese Marke, die wir da oben als Widerstand liegen haben, die wir im Tagesschart gut erkennen können, dass das auch eine wichtige Marke im Wochentrend ist und das hat eine gewisse Relevanz und wir sehen hier momentan noch keinen Druck nach unten. Aber, und jetzt kommt der Punkt, warum ich da so genau hinschaue, wenn wir doch nicht sowas wie hier oben bekommen, dann könnte es hier einen Doppeltop geben. Und wenn sich hier ein Abwärtstrend bildet, dann könnte es erstmal sein, dass wir wieder ein ganzes Stückchen Downside Potential haben. Heißt also, dann müssen wir schauen, wenn wir unter dieser Marke hier von 5820, das ist das Tief hier unten drunter laufen, dann hat sich hier untergeordnet ein Abwärtstrend gebildet. Heißt also, dann haben wir dieses Konstrukt, was hier nach unten läuft. Und da, da muss jetzt nicht passieren, dass wir den Trend der Woche fortsetzen und wir hier wieder megamäßig den Bärenmarkt bekommen. Aber es könnte durchaus sein, dass wir hier auf Tagesbasis erstmal wieder etwas Korrektur sehen, um dann vielleicht irgendwann rumzudrehen. Dann dreht sich das Marktbild und dann haben wir hier plötzlich eine ganz, ganz andere Voraussetzung. Das heißt, da bekommt dieser Support hier unten um die 5820 Punkte eine ganz, ganz andere Bedeutung. Das ist interessant, das finde ich sehr, sehr spannend. Also hier, der Titel definitiv etwas für die Watchlist, für den Bruch. Das heißt, in dem Moment, in dem da nämlich eine dieser Entscheidungen fällt, kann ordentlich Bewegung ins Spiel kommen. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Danach suchen ja auch die kurzfristigen Trader Punkte, wo Bewegung reinkommt. Und das Ganze passt. Diejenigen, die das mittelfristig traden wollen, also als nebenberufliche Trader, als im Swing Trade beispielsweise, die warten einfach, wie sich das Ganze auflöst und schließen sich dann ebenfalls an. Also hier wieder eine schöne Situation für verschiedene Händlergruppen und auch für verschiedene Budgets, was den Zeitrahmen angeht. Schauen wir uns mal einen zweiten Index an. Und zwar gucken wir hier mal nach Spanien. Spanischer Aktienindex, IBEX, haben wir hier. Auch recht interessant, was wir sehen. Hier sehen wir aktuell, wir gucken uns das Ganze mal eben noch in der Woche an. Hier, die Woche, wenn wir das Ganze mal schauen, der Wochentrend ist weiterhin nach unten intakt. Punkt. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Top ist obendrauf. Hier, letztes Korrektur bei 9.250 Punkten. Das ist nur, um die aktuelle Lage mal einzuschätzen. Jetzt gehen wir dahin, wo die Musik spielt. Und zwar in den Tagesschat hinein. Und da ist momentan eine klasse Geschichte passiert. Wir haben hier unten diese Marke von ungefähr 9.000 Punkten. Das gilt so ein bisschen als Support Level. Und hier haben wir ja gesehen, die letzten Tage ist der Markt so immer so ein bisschen unten ran gelaufen und ist immer wieder hochgekommen. Alles schick. Wenn das Ding hier unten bricht, okay, dann könnten wir ein bisschen mehr Dynamik zur Unterseite bekommen. Anlaufpunkte wären dann hier beispielsweise dieses Level, um die Trendentstehung hier unten drüber. Also die 8.900 Punkte Marke. Auch so ein bisschen Psychologie mit drin. Beziehungsweise in Sinne dieses Trends, den wir hier haben, dieses Korrekturtief. Marke hier das Tief. Der Peak ist gewesen bei 8.748 Punkten. Das kann passieren, wenn wir hier drunter stechen. Aber, dass diese 9.000 Punkte Marke ein bisschen Relevanz hat und der Markt hier gerne auch von unten nach oben kauft. Beide Dip nennt man das Ganze. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass der Markt aktuell noch nicht runter wird. Das kann immer wieder umschwingen. Ganz klar müssen wir auf der Uhr haben. Aber es ist einfach ein Zeichen. Hier sind wir mal kurz drunter gelupft und komplett wieder aufverkauft worden. So sehen wir ja die Kerze von gestern noch. Das ist interessant. Gibt es hier weitere Aufwärtsdynamik? Dann spricht natürlich einiges dafür, dass wir diesen Trend hier fortsetzen können. Das heißt, hier Anlauf auf dieses Tageshoch, auf diesem Peak oben. Das haben wir bei 9.224 Punkten. Ich klemm da mal kurz ein Preisschildchen dran. Hier, appalla, das war das falsche Klickchen. Hier haben wir es so. Hier oben also knapp das Preisschild oben drauf. So, wartet. Also hier oben drüber. Also knapp die Marke von unter 9.230 Punkten. Da ist das hoch. Wenn der Markt hochläuft, haben wir ein paar Anlaufpunkte über die Tageshochs. Die liegen ja relativ nah. Die haben also auch eine gewisse Relevanz. Und wenn der Markt, weil diese Hochs auch so relativ nah aneinander liegen, einfach dort nach oben stößt, warum nicht? Dann haben wir etwas, was Dynamik auslösen kann und was das Ganze nach oben mitsprinten lassen kann. Und ein Schub oben drüber, das wissen wir selber, würde halt dieses wichtige Hoch hier um die 9.250 Punkte Marke rausnehmen. Und das wäre dann wie so ein Befreiungsschlag. Mit Blick auf mittelfristige Dinge könnten wir dann natürlich etwas weiter auch nach rechts schauen und da haben wir hier als planbare Anlaufbereiche hier oben irgendwo die Marke von knapp 9.700 Punkten beziehungsweise dann gehen wir hier schon wieder Richtung hoch 9.900 und dann hier drüben, das muss ich mal kurz etwas kleiner ziehen, hier haben wir dann den Peak, das Top, was wir hier im Chart oben sehen bei 10.000, bei knapp 10.000. Also da ist einiges an Potenzial noch nach oben da, wenn wir diesen Punkt hier oben rüber wegschieben. Also das ist jetzt so ein bisschen der Scheideweg, das ist ganz normal. Fernando, guten Morgen. Das ist ganz normal, dass wir nach so einem schönen scharfen Aufstieg oder guten, klaren Aufstieg, das Jahr hat ja wirklich sehr, sehr gut angefangen, auch mal ein bisschen Korrektur sehen und da sehen wir natürlich solche Anlaufmarken, wie wir die hier oben haben, die als Widerstände drin liegen, dass da der Markt nach so einem langen Anstieg nicht einfach so drüber läuft. Das ist völlig normal. Hier können wir natürlich etwas draus ziehen, an den Widerstanden entsprechend. Wenn wir hier an so einem Widerstand, so ein Umkehrsignal wie hier oben bekommen, dann kann man gut und gerne einfach mal schauen, wie läuft es denn hier nach unten hin und wenn der Dynamik kommt, warum nicht das Ganze immer mal reinnehmen. Oliver, guten Morgen. Das also zu dem spanischen Aktienindex und damit geht es noch in die Währung heute rein. Ein britisches Fund, norwegische Krone, also hier auf, wieder in den Tageschart mit reingezogen. Hier haben wir sie. Eine feine Sache, die sich hier ergibt. Ich sehe einen sehr, sehr schön laufenden Aufwärtstrend, der ganz gut korrigiert worden ist. Und das ist ja das Schöne. Ganz gut korrigiert, ist immer fein. Thema Einstieg in der Korrektur, in Trendrichtung. Wenn uns der Markt hier untergeordnet anzeigt, es könnte wieder schön nach oben gehen. Das ist das, was wir hier sehen. Nach unten hin haben wir ein Support liegen hier in diesem Tief bei 10,98525. Das war das Tief hier unten in diesem Bereich. Da haben wir einen Support liegen. Da kann das Ding nach unten auch weiterlaufen. Das kann natürlich aus rein trendtechnischer Sicht noch bis hier runterlaufen. Also wir haben ja das letzte Tief ganz, ganz weit unten und wir haben ja gesehen, dass diese Währung hier in diesem Bereich häufig ganz, ganz tief korrigiert. Aber wir bekommen hier halt einen Index oder beziehungsweise eine Anzeige, eine Indikation, dass der Markt rumdrehen will. Woran ich das erkenne, das sehe ich hier in der Stunde. Da sehen wir halt, dass der Markt so leicht nach oben schiebt. Das haben wir gestern schon gesehen. Erster Anschubpunkt. Und wenn man sich das Ganze technisch einfach mal anschaut. Wir haben hier schon den Schub nach oben und wir haben die Korrektur gehabt. Wir haben einen weiteren Schub nach oben, noch eine Korrektur. Jetzt trendet der Markt wieder hoch. Auch wenn sich das Ganze fortsetzt, wäre das dann gewissermaßen quasi die Bestätigung. Das heißt, wenn wir hier oben über diese Marke drüber laufen, die wir hier liegen haben, dann setzt sich diese Aufwärtsdynamik nach oben fort. Und das wäre dann mit Blick in den Tagesschatt auch die Bestätigung, dass wir hier hochlaufen wollen. Anlaufpunkte nach oben hin zur Planung für die kurzfristigen und auch die mittelfristigen Trader sind natürlich hier ein paar Tageshochs. Hier haben wir das Tageshoch von gestern liegen. Das liegt um die Marke von 11,09759. Also das ist der Top hier oben. Und dann haben wir noch ein paar weitere Tageshochs, die uns auf dem Weg nach oben begleiten könnten. Und das sind jetzt hier nicht nur Tageshochs, sondern das sind auch Swing Highs. Also sozusagen die Korrekturhochs aus der Stunde, wenn wir uns das mal anschauen. Das sind halt die markanten Bereiche, die wir aus der Korrektur nach unten gesehen haben. Und das sind natürlich dann immer Anlaufpunkte, wenn der Markt hier wieder nach oben läuft. Die Händler, die die Korrektur, den Weg nach unten hier getradet haben. Hier könnten Absicherungsorders liegen von den Positionen von Händlern, die dort wirklich rausgehen. Weil das sind ja dann markante Punkte, wo Absicherungsorders häufig liegen. Und das sind dann die Punkte, wenn so eine Absicherungsorder aktiv wird, auf was macht denn ein Händler, der hier short unterwegs ist? Der muss ja seine Position schließen. Und wenn er seine Position schließt, dann kommt er mit einer Kauforder. Und was macht eine Kauforder? Die erhöht die Nachfrage und das kann dann natürlich den Preis nach oben bringen. Die Marken haben wir hier liegen. Sehr, sehr schön im Chart entsprechend auch ersichtlich. Also gut für die Planung hier auch in diesem Währungspaar. Britisches Fund, norwegische Krone. Das zu den Handelsideen für aktuell. Und jetzt noch zu einem Wunschchart. Wunschchart. Wir hatten heute als Wunschchart Euro-Austral-Dollar hier. Den nehme ich gleich mal rüber. Auch mit in den Tageschart hinein, damit wir uns hier die Gesamtgroßwetterlage mal mit anschauen können. Jetzt müssen wir nur kurz warten, bis er umschaltet auf die Tagesbasis. Da hängt er gerade. So, hier haben wir jetzt den Euro-Austral-Dollar drin. Jetzt klicke ich mal noch auf den Tag. Hier haben wir auch, also manchmal passieren echt zu verrückte Sachen, wenn man sich so eine Spikes anschaut. So, what? Es ist, wie es ist. Aber das war ein Zeichen. Das war dem Markt zu hoch. Danach ist er direkt wieder nach unten gegangen. Was sehen wir hier? Hier gab es übrigens vor kurzem wieder auch eine sehr, sehr schöne Situation zum Einsteigen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja heute, wo wir heute sind. Also hier oben kam dieser starke Schub nach unten an dieser Stelle. Hier in diesem Bereich. Und dann hat es entsprechend auch angefangen zu trenden. Das ist hier an dieser Stelle immer auch ein bisschen unsauber gewesen. In der Stunde sieht man das Ganze dann auch noch relativ gut. Und dann gab es halt hier entsprechend den Druck nach unten, den Schub nach unten. Das Ganze hier in dem Markt. Und dann hatten wir hier eine Gegenbewegung und die Trendfortsetzung hier nach unten Richtung runter. Und das ist interessant. Hier oben hat man die schöne Umkehrformation. Hat auch ein bisschen gedauert. Das Währungspaar Euro-Austral oder schwankt auch immer mal ein bisschen breiter. Das heißt, das sollte man etwas loser entsprechend auch handeln, wenn man diese Kerzen hier sieht. Von der Seite her alles ist schick und gut. Was sehen wir hier? Wir sehen hier momentan einen abwärtsgerichteten Markt. Der hat hier diesen kurzfristigen Schwung nach oben rausgenommen. Das heißt, diese Kette hier ist zu Ende. Hier sind wir an den Hochbereich herangelaufen, wieder nach unten gerichtet. Der Abwärtsdruck kam wieder rein. Aktuell steht das Teil in einer guten weiten Bewegung, korrigiert ein bisschen. Das heißt, interessant ist jetzt zu sehen, was passiert denn hier. Wir haben ja häufig in diesem Währungspaar Rückläufe gesehen, die weit gelaufen sind. Das heißt, was ich jetzt hier persönlich mache oder machen würde in diesem Fakt, wenn ich zum Kleineren treten würde. Einfach warten, was die Stunde jetzt hier macht, wie sie korrigiert. Wir haben nach unten hin noch einiges da. Ich ziehe das mal kurz etwas flacher zusammen. Wir haben nach unten hin hier diesen Bereich um dieses Tief hier. Ich muss mal hier die Marke anders machen. Also wir haben diesen Tiefbereich aus diesem Swing Low, was wir hier hatten. Das heißt, hier hat sich ja der Aufwärtstrend hier nach oben geschoben. Hier wurde der Abwärtstrend gebrochen. Das war dann der Korrekturbereich nach diesem Bruch. Das ist eine Anlaufmarke. Da können wir kurzfristig problemlos auch ranlaufen. Da könnte der Markt einfach weiter nach unten gehen, wenn sich der Stundentrend weiter nach unten fortsetzt. Mit Blick, wenn ich das jetzt hier sehe, sollte der auch noch abwärts gerichtet sein. Das gucken wir uns auch gleich an. Und dann natürlich hier unten weiter in den Markt geschwungen mittelfristig haben wir hier diesen Tiefbereich auch noch mit am Anlaufen. Marke hier bei 1,53, 4, 2, 7. Das sind auch Bereiche, die wir hier im Wochenchart mitsehen können. Wir müssen halt an dieser Stelle einfach mal sehen, was hier im Wochenchart passiert. Der ist ja bis dato weiterhin auch aufwärts gerichtet. Das heißt, diese Marke, die ich hier unten angeklickt habe, hat schon eine gewisse Relevanz. Weil wenn sich das Ganze hier nach unten fortsetzt, setzt sich die Korrektur raus. Und wenn wir hier unten drunter drauflaufen, ich nehme mal kurz die anderen Linien hier weg. Die stören aktuell etwas im Chart. Das heißt, hier haben wir den Punkt, wenn wir hier unten drunter laufen, unter dieser Marke, ist erstmal der Aufwärtstrend gebrochen hier an dieser Stelle. Also das ist auch ein Support Level. Der Aufwärtstrend auf Wochenbasis. Der Tagestrend hat hier natürlich deutlich Tendenz auch nach unten. Und was wir hier jetzt gesehen haben auf Wochenbasis, wir haben erstmal definitiv ein niedrigeres Hoch gehabt. Das ist auch ein Achtungszeichen. Und auf Tagesbasis, wie schon gesagt, haben wir noch Potenzial zur Unterseite her. Es kommt jetzt also immer darauf an, welchen Zeithorizont man hier tradet. Der Abwärtstrend ist jetzt da. Der läuft nach unten hin weiter weg. Wer das Ganze traden möchte in Abwärtsrichtung, muss einfach mal schauen, was die Stunde hier macht. Und wie schon gesagt, die Stunde, die korrigiert momentan. Ein bisschen hat sich untergeordneten Aufwärtstrend gebildet. Der Schwung der Stunde kommt hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Dann hier weite Bewegung. Jetzt trendet er hier gegen. Also wir haben hier ja diesen Außenstab auf Tagesbasis. Das ist dieser hier. In dem bewegt sich momentan der Markt in diesem Bereich. Und das ist das, was wir hier aktuell sehen. Und wenn die Stunde jetzt beispielsweise wieder nach unten rumdrehen sollte, das heißt hier ein Umkehrmuster bildet, dann wäre das ein Zeichen, dass die aktuelle Bewegung auf Tagesbasis weiter nach unten fortschreitet. Und dann wäre im kurzfristigen Bereich selbstredend, das Ziel, erst einmal hier das Tagstief von gestern zu testen. Und dann, wenn das Ganze nicht hält, wie schon gesagt, diesen ganzen Schub nach unten weiter mitzunehmen. Und dann hier als nächstes Testlevel im Bereich vom Support sehen wir im Chart hier diese Marke von ungefähr 1,567 liegen. Und dann, ja, werden wir sehen, was der Markt macht. Also es gibt noch ein bisschen Potenzial zur Unterseite, obwohl die Bewegung schon ganz ordentlich gelaufen ist. Ansonsten Korrektur abwarten und dann schauen, wie es die Korrektur weiter sieht. Also wir sehen hier im Zusammenlauf der verschiedenen Zeiteinheiten auch einige Ansatzpunkte. Je nachdem, auf welcher Zeiteinheit das Ganze getradet werden soll, können dann hier entsprechende Handelssignale auch generiert werden. So, ich hoffe, das passt soweit, Christian, mit dem Blick meiner Meinung auf diesen Chart. Wenn es noch Fragen gibt, bitte einfach kurz den Hinweis geben und dann können wir noch auf den einen oder anderen Chart mit eingehen oder aber auch nochmal aufs Euro-Austral-Dollar. Damit gehen wir dann in den nächsten Punkt für heute entsprechend auch mit rein. Wir schauen mal auf die wichtigsten Termine in der kommenden Woche. Die Latte für nächste Woche ist glücklicherweise, Entschuldigung, nicht ganz so lang wie in dieser Woche. Das heißt, alles bekommen wir hier auf eine Seite drauf. Wichtige Sachen, die wir hier sehen, sind am Dienstag aus den USA. Da gibt es den ISM Einkaufsmanager Index für die Dienstleistung im Januar. Am Mittwoch gibt es dann aus den USA die Baugenehmigung, die Einzelhandelsumsätze, das Bruttoinlandsprodukt und natürlich die Rohöl-Lagerbestände. Und dann gibt es, terminlich noch nicht genannt, den Auftragseingang für langlebige Güter. Also das mal die wichtigsten Nachrichten für die nächste Woche. Die kleineren Untergeordneten, die schauen wir uns natürlich immer wieder an, wenn wir jeden Morgen in die Handelsideen mit reinschauen. Ich gehe mal kurz zum Wasserglas und dann bin ich sofort wieder da. Der Frosch im Hals ist heute ziemlich aufdringlich. Wie geht es weiter? Wir schauen jetzt natürlich einmal auf die großen Indizes. Das heißt, wir gucken jetzt wieder in den Metatrader rein und machen hier mal die Analyse. Bei den großen Indizes DAX fangen wir mal an, gucken wir mal, was wir hier im DAX noch drinnen haben. Ob wir hier was Brauchbares eingezeichnet haben oder ob es chaotisch ist. Nö, ich würde sagen, können wir nehmen, haben wir da alles schickt, können wir uns weiter drauf abstimmen. Was sehen wir hier, wenn wir uns das große Bild im DAX mal angucken im Vergleich zur Vorwoche? Tja, nichts, muss ich so sagen, ist alles geblieben. Ist jetzt auch keine Überraschung, die grundsätzliche Lage hat sich hier an dieser Stelle ja auch nicht verändert. Wir haben ein bisschen Volatilität drin, wenn wir uns gestern diese Kerze auch mal mit anschauen. Ja, die Schwankungsbreite ist da, aber wenn wir uns das Ganze mal nüchtern betrachten, ich nehme hier das Kleingekritzel mal kurz raus aus diesem Chart, wenn wir uns das Ganze hier an der Stelle nüchtern betrachten, dann haben wir einfach weiterhin sehr schön laufend einen Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend ist jetzt da. Der Aufwärtstrend, wenn er nicht bricht, setzt sich weiter fort. Das sind alles keine Geheimnisse. Es kommt jetzt darauf an, wie es weitergeht. Das heißt, die Stimmung ist gut, der DAX etwas gebremst. Möglicherweise hängt das mit dem starken Anstieg im Euro zum US-Dollar zusammen. Das könnte unter Umständen sein, wenn wir uns die anderen großen weltweiten Indizes anschauen. Dann sehen wir hier schon interessante Anstiege auch mit da. Also von der Seite her, hier im Bild zu letzter Woche, da gibt es nichts viel zu sagen. Ist alles beim Alten geblieben, da hat sich nichts verändert. Hier letzte Woche Freitag, da standen wir hier leicht mit dem Peak nach oben. Dann stehen wir jetzt hier, es ist einfach eine Korrektur, die sich seitwärts erstreckt. Wir sehen, dass wir tingeln hin und her. Die Tiefkurse werden immer wieder abgekauft. Das heißt, hier kaum Veränderungen zwischen den Eröffnungs- und den Schlusskursen. Also alles sehr, sehr flach. Schauen wir mal, wie die Woche hier ausgeht. Aktuelle Dynamik sehen wir eher lau. Aber wir haben den Aufwärtstrend am Laufen. Und warum sollte der sich nicht fortsetzen? Mit Blick nach oben, wenn es weiter geht, hier nächste wichtige charttechnische und psychologische Marke. Hier ungefähr 11.500 Punkte. Wenn wir das dann wuppen, ist ein nächster wichtiger Fakt rausgenommen. Und dann haben wir hier oben schon knapp 11.700 Punkte. Also wir haben noch etwas vor der Brust, was wir durchaus nach oben anlaufen können. Bei positiver Dynamik. Das Ganze natürlich vorausgesetzt an dieser Stelle. So, als nächstes gucken wir mal wieder über den großen Teich. Wir gucken uns die Big Boys in den USA an. Vertreter hier wie immer gerne der S&P 500. Und da sehen wir nichts dergleichen, was wir von dem in der letzten Woche gesehen haben. Sondern hier sehen wir wirklich einen guten Fortschritt. Ich mache auch hier mal das Kleine kurz mit raus. So, jetzt haben wir das mal. Also hier sehen wir sehr, sehr schön den Schub nach oben. Sozusagen hier die Trendfortsetzung. Kurz aufgedippt hier auf diesem Bereich vor ein paar Tagen. Seitdem läuft der Markt wieder wie am Schnürchen nach oben. Und hier haben wir übrigens so eine ähnliche Situation gehabt, wie das, was ich vorhin im australischen Aktienindex gesehen habe. Hier, da hatten wir das gleiche Bild. Wir haben jetzt hier den Weg nach oben gehabt. Und dann, dann gab es da so einen Zacken nach unten. Hier. Zacken nach unten. Nochmal kurz innehalten. Und dann den Schub nach oben. Das ist so ähnlich wie das. Ich blinke nochmal kurz rüber in den australischen Index rein. Hier. Gleiches Bild. Das ist absolut identisch. Das passiert immer mal drunter. Das heißt, die Dynamik, die übergeordnete Dynamik ist vorhanden. Der Markt wartet einfach noch ein Stück ab. Und dann, bap, schiebt es nach oben. Also genau das Bild, was wir hier im S&P 500 auch gesehen haben, läuft wunderbar. Hervorragend. Wir haben sogar hier das kurzfristige Zwischenhoch hier aus diesem trendigen kurzen Zwinker nach oben bei knapp 2700 Punkten rausgenommen. Da stehen wir drüber. Alles wirklich wunderbar. Das funktioniert hier aufwärtsgerichtet aktuell sehr, sehr schön. Wenn wir mal nach oben blicken, neuer, wichtiger Widerstandsbereich hier oben. Das ist jetzt natürlich eine wichtige Marke. Wir hatten ja hier lange Zeit im letzten Herbst dieses Band, dieses Ping-Pong-Band hier zwischen 2600 und 2800 Punkten. Anlaufmarke hier oben dann hier 2800 Punkte. Da ist der nächste Widerstand da. Bis dahin gibt es nicht wirklich viel. Das heißt, bei weiter positiver Stimmung an den Aktienmärkten, dann können wir schon gut und gerne davon ausgehen, dass sich die Stimmung weiter nach oben fortsetzt und hier die Käufe möglicherweise zu dem nächsten Test bei der Marke von 2800 Punkten auch ansetzt. Also hier auch ein schönes helles Bild. Schön bullish. Das, was wir sehen wollen, wenn die Kurse schön weiter auch nach oben stecken. Rücksetzer können natürlich immer kommen. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber hier auch ein hervorragender Start ins neue Jahr, nachdem der Rest des alten Jahres ja doch so wahnsinnig stark nach unten gelaufen ist. Das also hier zum S&P 500. Und dann schauen wir mal noch wieder auf den Nestec. Das war ja der Mega-Bulle auch im letzten Jahr in den USA. Hier auch dieser Tage wieder der Markt, der auch schön alles nach oben schiebt. Hier übrigens auch das gleiche Bild, was wir gesehen haben, gerade auch im S&P 500. Ich zeichne es mal kurz ein. Wir hatten hier gewissermaßen den Trend schön hoch am Laufen und dann gab es Korrektur. Dann gab es etwas Aufwärtsbewegung, aber den Stopp vor dem Hoch und dann nochmal einatmen und danach, nach diesem kurzen Durchzug nach unten, bam, hat es geknallt. Der Trend hat sich fortgesetzt, hat hier auch eine wichtige Marke in diesem kleinen Abwärtsschub nach unten rausgenommen. Also das grundsätzliche Bild ist hier auch so ähnlich, wie wir das im S&P 500 gesehen haben. Marken auf der Oberseite, die hier wichtig sind, natürlich zu sehen aus den Verläufen der Trends nach unten. Hier die wichtigen Korrekturhochs, die wir liegen hatten aus dem Abwärtstrend. Da hänge ich gleich mal die Preisschilder noch mit dran. Hier oben Marke von ungefähr ein bisschen über 7100 Punkten. Hier der nächste Anlaufpunkt an dieser Stelle schon knapp. Die Marke von 7200 Punkten, also auch relativ nah beieinander die ganzen Geschichten. Und hier dann hier schon das nächste bei ungefähr 7350 Punkten. Da ist einiges nach oben da, was wir hier abfrühstücken können, wo wir ordentlich gute Trades hin platzieren können. Auch hier das Bild sehr, sehr schön aufwärts gerichtet. Wer sich das Ganze in der Woche mit anschaut, der wird auch sehen, okay, das, was wir jetzt hier sehen, ist in der Woche eine relative Fahnenstange, die nach oben läuft. Das sieht man in der Woche so hier, viele Wochen am Stück mit Folge gewinnen. Hier gab es mal eine Woche zum Durchhalten. Aber der Blick nach oben gibt uns natürlich die gleichen Bilder auch, die wir gehabt haben. Das also hier alles gut. Was wir hier jetzt aktuell sehen, ist quasi das, was hier in drei Wochen massiv nach unten gekauft wurde. Das wird jetzt Stück für Stück nach oben abgearbeitet. Wenn man das hier sieht, richtig Entwarnung gibt es dann, wenn wir hier über die Marke von 7100 Punkten drüber gehen. Bis dahin ist nach oben hin noch ein bisschen Platz. Die Dynamik ist momentan wirklich auch positiv. Also hier auch alles schön. Der Markt sieht sich halt hier auch in der Situation, dass er diese alten Hochs hier rauskauft, rausnimmt. Das ist schön zu sehen, weil da gibt es immer wieder Bewegungsunterstützung. Und das zeichnet einen Bullenmarkt an dieser Stelle selbstverständlich auch mit aus. Zum Thema Bullen und Bären möchte ich gerne nochmal in den WTI reinschauen. Beim WTI haben wir ja hier oben drinnen die wichtige Marke von über den Daumen 54, 40 bzw. grob 55 Dollar gehabt. Und hier sehen wir jetzt auch einen Markt, der sich so zögerlich nach oben arbeitet. Wir haben es gestern geschafft, hier die Marke von 55 zu überschreiten. Da klebe ich auch gleich mal noch einen Preisschild dran. Also hier im Tageshoch haben wir gestern die Marke von 55 gewuppt. Wir sehen, wir sind über die 55 drüber gegangen. Danach hat sich zwar kein Anschlusskäufer mehr gefunden, aber wir sind erst einmal drüber gegangen. Das heißt, technisch haben wir es ja angetestet. Jetzt kommt es darauf an, was der Markt hier macht. Ob das nur ein Test war und wir abverkaufen oder weiter nach oben gehen. Das müssen wir einfach mal ein bisschen abwarten. Da ist die Lage aktuell etwas unklar. Was wir hier sehen in der Stunde natürlich hier in der Stunde, dass der Markt hier, es ist ja offensichtlich diesen Aufwärtstrend, der hier da gewesen ist, das erste Mal gebrochen hat. Jetzt tendiert es so ein bisschen was nach unten. Da müssen wir erst mal auf Entscheidung entsprechend warten. Das heißt, hier haben wir noch nicht so richtig die Dynamik nach unten gesehen. Trifft sich hier der Abwärtstrend zum Freitags-Déjà-vu, wie wir das oft am Freitag haben, nach etwas Gewinnen in den Vortagen, dann könnte es natürlich sein, dass wir hier wieder runterlaufen in diesem Bereich, den wir hier unten gehabt haben. An diesem Tief, ich lege mal die Marke ganz kurz rein, hier unten dieses Tief, was wir aus der Korrektur hatten, um die 51 Dollar, beziehungsweise wenn es dann tiefer geht, sind die Anlaufmarken, das war das Falsche, sind die Anlaufmarken etwas tiefer und zwar hier unten zu sehen. Nächstes Korrekturtief haben wir dann hier um die Marke von knapp 50 US-Dollar. Also hier im WTI die Dynamik nach oben da, aber nicht so megamäßig. Megamäßig Bullish, hier haben wir wirklich einen Bereich, der ist wichtig, den sehen wir auch, wenn wir in die Woche blicken, dass das ein wichtiger Bereich ist und dass es da nicht einfach so schwupps nach oben geht. Ja, das ist klar bei den Rohölmarktdaten, die wir momentan auch bekommen, jede Woche Mittwoch aus den USA, das sieht man halt so richtig. Geht es da aktuell nicht ganz voran, wenn man versucht oder der Markt zeigt uns, es wird versucht eine relative Stabilität zu halten. Mal gucken, wie es hier weitergeht, ob wir es schaffen tatsächlich die 55 nachhaltig hinter uns zu lassen, dann haben wir hier ein paar interessante Anlaufmarken nach oben. Und ansonsten, so what, wir Trader, wir sind doch sehr flexibel, dann traden wir halt nach unten. Wichtig ist, wir brauchen eine Entscheidung und wenn die kommt, ja, dann werden wir einfach aktiv. Also, das zu den großen Indizes und ein bisschen was zum Öl und damit gehen wir weiter in dem Text, nämlich dahin, dass wir den edukativen Part uns anschauen. Heute hier ein kleiner Blick da rein, wie der Forexmarkt funktioniert, wie ein Trade abgewickelt wird, wie das Ganze gut und gerne planbar ist, auch für jeden Händler. Ich mache jetzt hier technisch, wie immer, für diejenigen, die das Ganze auf Facebook auch anschauen, beziehungsweise über GoToWebinar, technisch kurzen Aufnahme, Stopp, damit ich dieses Video geteilt dann entsprechend in unseren YouTube-Kanal einstellen kann. Und dann bin ich sofort auch wieder da mit dem Thema für den edukativen Part.